Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Und wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen hier rumsuchen. Ich habe im Moment keine Quests, wo ich hin kann. Die Quests, die ich aktuell habe, sind Quests, die aktuell am Viechern vorbeiführen, die ich einfach nicht platt kriege. Deswegen suche ich mir jetzt hier ein bisschen die Gegend ab, ob ich noch irgendwas finde. Ähm, wo ich halt Erfahrungspunkte sammeln könnte. Das ist jetzt hier hinten am Laufen. Ist einfach mal was hier bis zur Kreuzung passiert. Einfach mal schauen. Ein bisschen Action versuchen zu haben oder so. Naja. Wie gesagt, mit den Viechern, die ich da hatte, drei Schläge oder vier, und das sind immer so drei, vier Gegner gewesen, macht mir auch nicht so wirklich Sinn. Und von daher, bevor ich jetzt hier meinen ganzen Healstuff verschwende, und mein ganzes Gegengift und so weiter, warte ich da noch ein bisschen. Wo ist das Haus da oben aber mal an? Und ja. Schau mal, was das hier ist. Das war einer. Cool. Ein Leuchtersoldatengool. Okay. Sehr schön. Hat der so schön, dass die Gabel auf Vorkriegsgeld. Super. Hm. Greifst, der mich an. So, ich bin mit einer gewaffneten Zoo, äh, gezogenen Wache da hin. Aber dennoch. Oh. Das ist lecker. Yeah. Was haben wir hier? Koyot-Minen. 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 Nehmen wir ruhig erstmal alles mit. Yeah. Kornkorken. Wunderkleber. Ja, ich bin hier erstmal alles mit. Ich weiß nicht, dass hier noch ein Händler rumflitzt oder so. Oh. Ah, klar, mal. Leere Spritze. Reddocks. What the way. Ruhige Garten. Schmutziges Wasser. Und Stim-Pack. Einmal Wunderkleber. Hm. Ne, ich komm nicht ran. Du, das Bier mal mit. Äpfelchen. Sehr schön. Jetzt sind wir vergessen. Ne, leere Spritze. Reddocks. Stim-Packs. Arztaschen. Spire, Rebound, Rebound, Rebound und Stim-Packs. Yeah. Ja. Sehr schön. Ah. Ramen, Slick und Whisky. Ja, ich weiß nicht, wo ich laden bin, aber es ist nicht schlimm. Und die gucken mit. Ja. Ja, ich weiß nicht, wo ich laden bin. Oh, Korken. Yeah. Ach, komm, die Bücher und so. Dann schmeiß ich jetzt auch mal weg gleich und dann passt das alles wieder. Kein Problem, geht ja schnell. Ja, ein Aschenbecher weg, die Blechdosen weg. Und zack. Bügeleisen kann weg. Das Finanzklemmenrett. So, die Bücher. Zack, zack. Kaffeekanne. Kaffeetasse. Kleines versinktes Buch. Ne, leere Brauseflasche. Deine Flaschen nicht weg. Gezinnische Stembräder. Gleich haben wir schon wieder genug Platz. Noch mehr Bücher hier? Nein, 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 nein. Nein. So. Was? Negligé. Denkleisch abbleiben. Ne. Na. Rechte Hose. Ne. 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 Man macht der Gewohnheit. Öl drückt. Na. Nichts? Na gut. Mal mitnehmen. Ne. So, dann war's das hier. Hm. Ja. Irgendwo. Nicht so spannend. Oh, hier noch ein bisschen weiter. Muss ja irgendwo Minen sein. Da muss ja irgendwas sein. Sonst würden sie es ja nicht machen. Müllcontainer. Da schmeckt... Da schmeckt... Oder schmeckt nach. Wir schmeißen nach Zigaretten hin. Muss ja irgendein Eingang sein oder so. Hm. Wie ist der Land hier aus der Kojote-Mine? Aber wo ist der Eingang? So, wo muss ich hier reingehen? Genauso... Irgendwo soll's da einen Vault-Eingang gegeben haben. Ah, wir können auch noch ein. Na ja! Na ja! Nein, theoretisch müsste man sich mal so eine Map herunterladen. Später, wenn man dann halt die letzten Reste macht. Oh! Ich glaube, dass es nicht so gesund ist, wenn man dann geht. Äh, ich beobachte das ein bisschen. Wir haben das Herzschleid. Okay. Das ist doch gut. Okay. Ich muss in die andere Richtung wieder zurück. Okay. Das macht keinen Sinn. Na ja, noch geht's. Und so geht's. Ich kann das nicht mehr auf einmal lenken. Wir werden jetzt ja, ja? Wir werden jetzt nicht mal reineinander. das tut uns jetzt so weh das überlastet auch noch nicht verlaufen okay dann so dann schmeißen wir uns wenn wir waffen vielleicht irgendwas zusammenbasteln können warum haben wir zu viel übergewicht? nur wegen der rüstung hier? naja gut dann pfeifen wir uns ein bier rein und eins, zwei, da darf irgendwas wieder irgendwas was wir wegschmeißen müssten so so und so wir müssen noch raus jetzt einfach zu hohe strahlung wir müssen noch den strahlenanzug rein aber wir haben das ja ein bisschen zu schlechtes wetter äh spät meine ich so 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 guck mal guck mal was hier noch so schön ist irgendwo muss es aber Leute geben die uns eine neue quest so 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 weg damit so aus oh so 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 Knusper Knusper Knäuschen, was ist hier los im Häuschen? Moment... Ach, was willst du denn von mir? Ich schmeiße aber deine Waffe weg. So, ist das schon schönen Schuss in den Rücken? Oder? Äh, das war gerade sehr schlau von mir. Mal das. So, dann schmeißen wir uns rein. Einmal... Das. Das. Eine Birne, eine Karotte, einmal Kartoffeln. Äpfel. Und... So, ein schönes Headshot. Hast du Bock drauf? Mach ich nicht. Schieß doch! Ey, ich kann nicht schießen! Alter, ich kann nicht ballern! Was soll denn da was? Warum sind wir jetzt überlastet? Nehmen wir hier das Dienstgewehr. Hilf's mir, äh... Mann, 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 Mann! Geht aber auch nicht um, der Typ, ne? So... Ach, hinten, Gladius. Ja, haben wir erstmal alles. Die Leute sowieso nicht. So... Ähm, bei der Waffe können wir vielleicht auch noch was machen. Machete, wieder Machete. Jo. So, das kann gleich. Na ja, nehmen wir noch. Keine Ahnung. Weiß noch nicht von wo. Mach von da. So, ein Veteran. Ich kann die auf Traurig treffen. Das ist ja der Hammer. 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 Das ist ja der Hammer.